Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf unserem Kanal SoFotoglash So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code SoFotoglash.TV Dann auf annehmen drücken und dann unterstütz uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir gehen in den Itemshop vom 27.10.2019 Das haben sie schön betont, ja sofort, sehr schön, sehr schön betont. Ja, was haben wir denn da, zombie abkappen im Pseil, geil. Walking Dead in Fortnite, Walking Dead, Walking Dead in Fortnite, geil, zombifiziert. Ganz ehrlich an alle Leute, haben wir vorhin erst geguckt. Ja, an alle Leute, Walking Dead, eine der geilsten Serien, oder die geilste Serie, die ich gesehen habe. Leute, machen nicht so viel Werbung dafür, wir haben viele Kinder bei uns auf dem Kanal. Guckt euch alle mit euren Eltern Walking Dead an. So, also, da gibt es gleich die rote Karte dafür, für das Statement. Und so, Pfeifen, rote Karte, you are out, man, you are out. Rote Karte kriegt von mir, 8 von 10. Von mir eigentlich, 10 von 10, weil die würde ich gerne dir zeigen, oft genug. Warum bin ich schon wieder der Tiger, was ist das für ein Sch... 4 von 5,3,6,3,15,Judy, 2018, Schocken, die ist ein 7x. Wo wurde ich meine, das? So, rauf, bollen. Was? Rauffullen. Rauffullen. Für 1200 V-Bucks, ich finde die sowas von hässlich, ne? Ja, perfekt. Marieneskin, aber pop-nästliche Lady. Ja. Tor von 10. Kriegt von mir ein 3 von 10. 3,385 bei 48, wo ist das im 3. November 2017 in den Schock gewesen, seit 25,38 Reminders. Fixierung. Jetzt bin ich gerade überlegen. Fokus. Ah, Fokus. Z, ja, jetzt weiß ich wieder von welchem Skin-Di war. Für 800 V-Bucks, ich finde die okay, aber jetzt nicht so Brüller-mäßig, kriegt von mir 7 von 10. 8 von 10. 4,145 bei 7 Boats, was vom 12. Juli 2019 in den Schock gewesen ist, dann 3x in 3 Reminders. Und Shade. Shade, zoom mal an die Lady rein. Da lässt die, oh, das sieht geil aus. Oh, im dunklen Style. Das sieht geil aus. Also wirklich mega geil. Mega geil in diesem Style. Aber das nicht. Doch, das ist geil. Ich finde das andere besser. Doch, das ist geil. Das hier am besten, das 2-besten und das 3-besten. Ich finde umgekehrt, ich finde Nummer 3 am besten, Nummer 2, dann und Swood Builder, wobei das auch geil ist. Nummer 3 und 2 ist ziemlich gut. Kriegt von mir, also 3 und 2 kriegt von mir 8 von 10. 3 und 2 kriegen von mir 8 von 10. Von der Rest ist ja völlig wurscht, weil man kann es ja jetzt ein Style aussuchen. Ach, auch 18. 3,455 bei 56 Boats, das am 3. August 2018, Schockenwesen, 11 mal und 56 Reminders. So, dann kommen wir jetzt zu der... Ja, den hat er gestern schon drin gehabt. Können wir einfach nochmal kurz gucken, wie sich die... 3,565 bei 9 Boots, das am 26. Also gestern schon gewesen, seitdem 2 mal und 9. Schittiger, was ist das für ein Mist, ey. Stab des Zauberbands. Sehr schön betont, Herr Sofort. Sehr schön betont, ich bin stolz auf Sie. Besser als die in der letzten paar Aufnahmen versuchen. So, na, gucken Sie mal da rein, was sind das für Noten? 3,555 bei 2 Boots und 2 Reminders. Das war es von dem Satz. Ne, so, jetzt kommen wir direkt zu den neuen Atem, wir kommen erst mal zur Kürbislatern. Äh, hä? Sieht es nicht? Die Kürbisse da auch. Ey, es sieht das schrottig aus. Nö, ich finde es entspannt. Das findest du sie gut aus? Gut nicht, aber ich finde es okay. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich meine, das hätte da nicht mehr so viel mit Halloween zu tun, aber einfach nur schwarz-orange ohne diese komischen Kackgisse da drauf, Kürbis-Kackgisse. Ja, das hätte deutlich viel besser ausgesehen. So kriegt der Schrott von mir 5 von 10. 47. 4,5, 1, 2, 1, 2, 1, ja. Und das haben wir noch, Tommy. Also Leute, ich glaube im Ernst, dass Fortnite bald eine Promotion mit Walking Dead startet. Nein, das ist Halloween hier, aber aber ganz ehrlich, hättest du das so gemacht? Nein, also... Was hätten sie denn da gemacht, sofort? Ja, ich kann es natürlich jetzt nicht sagen, ich habe keine Facecam hier, aber auf jeden Fall eine andere Musik. Auf jeden Fall. Dann würde ich auch sowas wie bei Walking Dead oder sowas so. Ich hätte auch immer... Ja, genau. Ja, ich kann es ja wirklich... Kannst du es ja nicht, aber ich kann es... Nein, ich frage mich, wie der das macht. Leute, Leute, hört sich das an. Das Walking Dead in real life und mit so einem sitze ich hier an einem Tisch. Kann ich wahr sein? Moment. Was los hier? Ey, Leute, Macher von Walking Dead, wenn ihr das hört, das macht der in real life. Das macht der ständig. Das höre ich den ganzen Tag hier. So, also... Aber das ist... Also ich meine, mega geile Idee, aber sorry, ich würde sagen, verkackt. Ja, würde ich auch sagen, hätte ich gesagt. Weil der Sound... Ey, wenn da jetzt so ein Sound gewesen wäre, so... Machen wir nochmal, machen nochmal. Ja, für Epic Games, für euch, ne? Ihr könnt das gerne mit dazu führen. Wir machen auch kein Copyright-Strike, ja? Also... Ey, wäre viel geiler gewesen. Genau, wäre viel geiler gewesen. So kriegt zombifiziert von mir... So kriegt zombifiziert von mir 6 von 10. Hättet ihr... Macht den Sound rein vom Herrn sofort, gibt es 10 von 10. Ja, von mir auch. Von mir auch 6 von 10. 1 von 5 bei 1 von 5 von minus. Guck mal, der gibt auch nur 1 von 10. 1 von 5. 1 von 10. 1 von 5. So, also... Mittelfeldmonster. Oh mein Gott, wie geil! Auch der macht... Auch der macht... Wie geil! Leute, zeig mal den Fußball. Zeig mal den Fußball. Zeig mal den Fußball. Drehe mal hinten. Oh, Fußball ist geil. Zeig mal dafür alle. Ja, tu die mal ganz kurz halt durchklicken. Fertig. Da gibt es ja nur die paar... Zeig mal einfach eine benutzen. Oh mein Gott, ist das geil. Ja, den gebe ich... Dieser Gegenstand kann nicht verwendet werden. Verschränkt werden. Übrigens... Was? Warum das denn nicht? Ja, keine Ahnung. Mit dem Verkauf unterstützt du natürlich uns. Also, Leute, der beste Creator Code müsst ihr eintragen. Den müsst ihr im Shop eintragen. Sofort. U-Gleich. Bester Creator Code. Jo, Leute. Da werden wir natürlich euch sehr, sehr dankbar dafür. Und einen kleinen... Können wir uns vielleicht auch mal Eis davon gönnen oder so. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Krepierter Kopfballerera. So, was ist denn das nächste? Zeig mal, zeig mal. Also, was haben wir denn? Wir haben den Schreckensstürmer. Auferstandener Ausputzer. Mittelfeldmonster. Wie geil. Krepierter Kopfballerera. Ja, die kriegen von mir alle 10 von 10, ehrlich. Was? 10 von 10? Ja, sag mal... Sag mal 9 von 10. Ja, 9 von 10 auch von mir. Aber so schlechte Noten. 12 von 5 für 1 Vote. Und an... Ne, 0. Klicke einfach mal durch. Einfach durchlegen. Einfach mal lass an und klick einfach durch. Lass einfach durch. Keine Bewertung und 1 von 5. Ja, du musst auch wieder reinmachen. 1 von 5 für 1 Vote und 0 Miners. Lass das doch drin. Dann kannst du einfach durchlegen. Irgendwas anders. Ne, sonst haben wir nichts mehr. Was denn? Davon haben wir nichts mehr. Sonst sind die alle... Sonst haben alle keine Bewertung. Ach so. Das heißt, haben alle keine Bewertung. So. Jetzt war die Weiblichen Version. Was hatten die hinten? Zwischen. Ne, die haben alles geöffnet. Ah, wie geil. Tote Karte. Wie geil ist die rote... Ey, Zombiehand zeigt die rote Karte. Das ist cool. Das finde ich witzig. Alleine dafür kriegt es von mir eine bessere Vernotung als die Rote als 10 von 10. Von mir auch. Das ist so geil. Ja. Crazy. So. Oh mein Gott. Mach es mal ganz an hier. Schlicht. 1 zu 5. Noten, Noten. 3 von 5. 0. 1 von 5. So. Zeig mal ganz kurz, was haben wir denn? Das ist Tote Karte. Wie heißen die denn alle da jetzt? Tote Torschützin? Schwerfällige Spielmacherin? Verfaulte Flankiererin? Dahinsiechen der Dribble-Profi? Mein Gott, was ein Name. Aber die sich schon... Geh mal Summa an die Rand. Summa an die Rand. Summa an die Rand. Summa an die Rand. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist mega geil. Die ist cool. Davon gehe ich mir einkaufen irgendwann. Das ist cool. Leute, als Fan von Walking Dead muss man sowas gucken. So Leute. So was kaufen. Also Leute. Also dann würde ich sagen. Wir werden in den Shop. Der kriegt von mir ein Love It. Also wirklich ein Love It. Ja definitiv. Absolut. Dann würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den YouTube-Kanal kostenlos. Auf Instagram findet ihr mehr Content und auch ein bisschen was aus unserem Leben. Was wir gerade machen. Ja unten verlinkt. Wir haben einmal. Einmal den Instagram Account von Herrn Sofort. Ja genau. So da sind so Vorgaben von Herrn Sofort. Dann haben wir den anderen. Dann haben wir den Mobile Gamer. Genau. Dann haben wir den Mobile Games kommen. Und dann haben wir noch deinen. Moment. Machen wir mal langsam. Nein. Machen Sie mal langsam. So außerdem will ich noch jemanden grüßen. So. Jetzt machen Sie mal langsam. So also wir haben einmal den Kanal von Herrn Sofort. Dann haben wir den Kanal für Sofort und Gleich. Da sind. Das weiß ich schon jeder. Das weiß ich nicht jeder. So sieht man ja, dass die meisten Leute, die da drauf sind, eben nicht von unserem Kanal sind. So da haben wir immer wieder auch so schöne Images hier vom Shop. Dann haben wir den Kanal Mobile Gamer SUG. Da stelle ich euch immer. Ich habe ja vorher immer diese Videos gemacht zu den einzelnen Mobile Games. Jetzt ist es so, dass ich mir gedacht habe, weil es kam jetzt, manche haben sich das nicht so gerne angeguckt. Ich zeige einfach die neuen Games, die es gibt auf einem Instagram Account. Und die Sachen, die am meisten bewertet werden, die werden von mir dann auch angezockt bei uns auf unserem Kanal. So, jetzt gibt es noch einen Gruß. Genau, und das müsste sein Serena Jones. So, lass nur mal ganz kurz gucken, dass ich den Namen nicht falsch jetzt ausgesprochen habe. Aber soweit ich das weiß, war es Serena Jones, die von mir gegrüßt werden wollte. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich muss doch erst mal auf den Kanal wechseln. Du hast doch komplett weg. Was ist denn das? Das sieht doch kein Mensch. Äh, natürlich sieht man das. Ja, ist doch egal jetzt. Also, gehen Sie mal auf unseren Kanal. Was machen Sie? Jetzt einfach wechseln können oben. Das musst du auch nochmal wechseln. Ja, und? So, bis wir den Gruß haben, sind fünf Stunden vergangen. Ja, aber nur, weil du das nicht vorbereitet hast, so wie immer. Ich habe aber jetzt wenigstens mal dran gedacht. So. Super. Dann gehen Sie mal in die Kommentare rein. Wo sind Sie denn drauf? Herzlich willkommen zu... Was machen Sie? Ich gehe auf unser Video. Serena Jones. Ja. Ja. Also, Serena Jones, liebe Grüße gehen raus an dich. Ich hoffe, du freust dich jetzt ein bisschen. So, ich habe es versprochen. Ist ja auch ein Grüß. So, ich habe es versprochen. So, ich habe es versprochen.